Jetzt zum dritten Prank, ihr seht ihr, ich habe eine Maske, die werde ich ihm gleich beim Schlaf wieder einspüren, er ist wieder eingeschlafen, das ist jetzt der dritte Prank, äh der dritte, ich werde ihm das mal jetzt einspüren, ich stelle dir die Kamera hier auf, sieht man es, nein, genau, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. So sieht es jetzt aus, ich zeige euch jetzt. Jetzt achten Sie. Rian? Maske! Ordnung. Fertig. Fertig! Fertig von mir! Fertig! Verpasst dich! Juni, schon das dritte Punkt, ne? Leute! Leute! YouTuber! Geh mal weg! Idiot! Juni, das sieht so aus, als ob die Blätter ein wäre. Mach den Tauben nach! Das hat mich so ungefähr als ob du jetzt Ketchup brauchst. Komm! Geh so rein! Geh rein! Jetzt ab! Oder so? Du musst schon mehr rein! Juni, geh doch nicht mit deinen Haaren, dann werden sie nass! Das ist doch glatt! Ich brauche doch mal! Du gehst ja gleich wieder schlafen! Aber da lässt du mich in Ruhe, okay? Kein Bleck mehr! Vielleicht! Ja, ja, ja! Komm mal ins Wasser! So! So, ist fertig! Du kannst jetzt mal abfaschen! Das prägt nicht in den Augen! Warte! Was machst du da? Warte! Warte mal! Ich muss mal mit den Fans alleine sprechen! Bitte lausch nicht! Bist du korrekt? So, Leute! Das war's mit dem Video! Gleich kommt wieder das vierte Prack! Ich würde euch sagen! Leute, das war's mit dem Video! Von der Sociality Life! Like bitte da lassen! Und Abonni nicht vergessen! Weil ich würde sagen! Bis bald! Bis bald!